Um Kratzer von einer Plastiklinse zu entfernen, versuche es zunächst mit Zahnpasta, wenn es sich um leichte Kratzer handelt. Trage als erstes etwas Zahnpasta auf die Linse auf. Poliere sie dann mit kleinen, kreisenden Bewegungen mit einem Mikrofasertuch. Spüle dann die Zahnpasta ab. Fertig! Du kannst es außerdem mit Natron probieren. Mische Wasser und Natron zu gleichen Teilen, sodass eine Paste entsteht. Trage diese auf das Brillenglas auf und poliere es mit einem Mikrofasertuch. Spüle die Linse ab und wiederhole den Vorgang, wenn nötig. Bei hartnäckigen Kratzern kannst du es mit einem Etzmittel für Glaskunst versuchen. Trage das Mittel auf die Brillengläser auf und lass es für 5 Minuten einwirken. Spüle das Ganze anschließend ab und wische deine Gläser trocken. Das Mittel entfernt die oberste Kunststoffschicht und somit auch die Kratzer, die sich darin befinden. Die Kratzer